Wie schaffe ich es, meinem Kumpel, der mit 20 Jahren den ganzen Tag an die mir schaut, endlich mal auf die richtige Spur zu bringen? Vergiss den! Vergiss den Typ! Sch, Eis auf den! Nochmal Leute, ihr müsst euch entfernen von unmotivierten Leuten, von Energiesaugern, von Lappen, von Trotteln, von negativen Leuten. Ich habe die beiden ja alle rausgeschmissen. Leute, entfernt euch von Drogenopfern, Pleitegeiern, Energiesaugern, Negativleuten, demotivierten Leuten und macht mal bitte folgende Aufgabe und zwar, schreibt euch mal auf einem Blatt Papier eure Ziele auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute, mit denen ihr rumhängt. Hier eure Ziele, das heißt Fitness, Geld verdienen, Wissen aufbauen, dann schreibt euch die Namen auf der Leute, dann schreibt ihr mal auf, wie viel Zeit verbringt ihr mit denen? Und dann überlegt ihr euch mal, bringt ihr euch eure Ziele näher oder nicht? Bringen euch diese Leute eure Ziele näher oder nicht? Das ist die wichtige Frage.